Hamburg, das Warten hat ein Ende. Samira Zielinger, 25, und Yassin, 32, beide Love Island, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Malik, 2, darf sich endlich über eine kleine Schwester freuen. Am Dienstagmorgen um 5.44 Uhr hat die kleine Medina Inaja das Licht der Welt erblickt. Das teilte die Ex-Love Island-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Mann am heutigen Donnerstagnachmittag auf Instagram mit. Die beiden frischgebackenen Eltern posteten ein Selfie mit ihrem Töchterchen aus dem Krankenhausbett und schrieben dazu, unbeschreibliches Gefühl dich nach all den ganzen Strapazen gesund und munter in den Armen zu halten. Unsere Medina Inaja rotes Herz, 23. Juni, 21, 5.44 Uhr. Malik, Papa und Mama lieben dich unsere Prinzessin wachsendes Herz, Rechtschreibung übernommen. Auch die Follower freuen sich mit dem Love Island Traumpaar über das neue Baby-Glück und kommentieren bereits fleißig den Instagram-Baby-Post. Ehemann von Reality-Star Samira Klampfel, 29, und Ex-Bachelor in Paradise Teilnehmer Serkan Yawus, 30, kommentierte, Herzlichen Glückwunsch Smiley mit Herzen als Augen freuen uns richtig für euch vier jetzt, genießt die Zeit Herz. Rechtschreibung übernommen. Der frischgebackene Papa Yassin packte das Foto sogar in seine Story und schrieb dazu, hier ist unsere kleine Maus. Schön, dass du da bist, mein Schatz. Samira und Yassin bangten während der Schwangerschaft um ihr Kind. Eigentlich hatte Yassin auf einen Jungen spekuliert, Samira an ein Mädchen gedacht. Am Ende waren beide wohl einfach nur froh, dass die Kleine überhaupt überlebte. Für Samira war es nämlich anfänglich alles andere als eine leichte und schöne Schwangerschaft. Wegen starker Blutungen musste sie kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus. Befürchtete das Schlimmste. Samira wurde notoperiert. Grund für die Blutungen war ein Hämatom an der Plazenta. Also hieß es erstmal ausruhen und hoffen, dass alles gut wird. Nichts tragen und lieber liegen bleiben. Im Verlauf der Schwangerschaft wurde das Hämatom glücklicherweise immer kleiner. Vorsicht war kurz vor dem Stichtag aber dennoch geboten. Immerhin hatte Samira bei ihrem ersten Kind eine Sturzgeburt. Entsprechend sollte sie sofort auf den Weg ins Krankenhaus machen, sobald irgendetwas komisch sei, erklärte Samira in ihrer Instagram-Story. Wenn die Fruchtblase platzt, soll ich direkt ins Krankenhaus. Die zweite Geburt läuft ja meistens schneller als die erste. Jetzt ist das kleine Mädchen auf der Welt. Tag 24 wünscht alles Gute zur Geburt. Tag 24 году. Vielen Dank.